Gehen wir mal ein bisschen zu einem anderen Bild, das man von dir in der Öffentlichkeit dann auch mal bekommen kann, denn du bist ja schon jemand, der auch, wenn es um so ein Thema wie Rockerbanden geht, immer sehr, sagen wir es mal, offensiv, damit auch in Erscheinung getreten ist. Jetzt ist es ein Thema, das in dieser Zeit gerade sehr stark auch im Rap sich in der längsten Vergangenheit breit gemacht hat. Ich lege den Halbsatz erstmal vor, dann reden wir. Rockerbanden sind. Rockerbanden sind. Also, ich kann verstehen, warum es Leute gibt, die das machen, ne, ich verstehe die Philosophie dahinter 100%, ich kenne auch das Gefühl, wie es ist, wenn du mit 30 Mann irgendwo hinfährst auf dem Motorrad, ne, und jetzt gar nicht so auf dieses, auf dieses, ja, oh, gefährlich, Crime, Mafia, denkst, einfach nur mit 30 Mann Motorrad fahren, so, das ist halt einfach so ein Gefühl, es gibt einen bekannten Satz, ne, Leute, die das nicht kennen, den kannst du es nicht erklären, ne, und Leute, die es kennen, dem brauchst du es nicht erklären. Verstehst du? Und das ist einfach so ein Ding, ähm… Ich glaube halt, dass es in der Vergangenheit, oder darum komme ich darauf, wenn wir es auf Rap beziehen, ne sehr enge Verbindung erstellt wurde, die mir gerade in jüngster Vergangenheit, dann aus rein musikalischer und Berichterstattern sich doch ein bisschen Sorge macht, weil sich Welten miteinander vermengen, ähm, und auch offen zur Show getragen werden, was so viel hat dann auch gar nicht handelbar ist, weil es einfach verschiedene Welten sind, ähm, wie siehst du das? Mhm. Beiß erst mal in Ruhe ab, die dürfen nicht kalt werden, ne, sie sehen auch sehr lecker aus, übrigens muss ich an dieser Stelle betonen. Guck mal, ich sag das so, so unterschiedlich sind die Welten eigentlich gar nicht, so wenn du ein Typ bist, so der auf Loyalität und Zusammenhalt zählt halt so, wenn du so ein Typ bist, der da drauf steht, dann findest du eigentlich genau das, was du suchst, findest du eigentlich da. Siehst du dann aber dennoch, ist es kritisch, wie sich das Thema durch Rapmedien zieht? Mhm. Es ist ja nur so, dass irgendwelche Schwanzrapper sich irgendwelche Leute im Hintergrund stellen und sich dabei cool vorkommen, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, das ist aber das Problem der Rapper, weil die Rapper alle Schwänze sind. So, aber das Ding ist, diese Leute, die du halt in so Rockerclubs findest, das sind am Ende des Tages, ganz normale Leute wie du und ich auch. So. Und glaub mir, ich sag das jetzt nicht nur so, damit ich jetzt irgendwas hier verschleiern will oder so. Die Leute sind ganz normale Leute wie jede andere auch. Da gibt's Ärzte, Anwälte, Arbeitslose, Harzvierer, reiche Leute, so wie aus jeder Schicht, die sind die Leute, die treffen sich aus einem Grund, die teilen eine Lebensphilosophie. Genauso wie die Hip-Hop-Community sich auf einen Splash trifft und zelten für drei Tage lang, saufen, spliffen und Musik feiern, so wie die das fühlen, feiern die das einfach, von Stadt zu Land, von Land zu Kontinent zu fahren, ihre Brüder zu besuchen und einfach ihre Freundschaft mit einem Rückenpatch zu symbolisieren. Verstehst du, was ich meine? Da ist gar kein großer Clou dahinter oder so. Und es ist keine schlechte Signalwirkung, wenn damit kokettiert wird im Rap für die User, Fans, Hörer? Es ist eine schlechte Signalwirkung, wenn die Leute so dargestellt werden nach dem Motto, ja guck mal hier, ich bin jetzt mit denen und das sind so viele und mir kann jetzt keiner was. Wenn die dafür ausgenutzt werden, dann ist es schlecht. Das liegt aber dann nicht an den Leuten, sondern das liegt an den Leuten, die sich den Plan so in ihrem Kopf zurechtgelegt haben. Verstehst du, was ich meine? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, damit können wir es da an der Stelle auch bewandeln lassen. Ich gehe zum nächsten Halbsatz. Deutschland wird? Deutschland wird bunt. Bunt. Ja? Bunt. Ja. Ich fand es ganz interessant. Ich sitze hier jemandem gegenüber und du hast jetzt glaube ich zwei, drei, vier verschiedene Sprachen jetzt schon in kürzester Zeit benutzt, wie wir zusammen gesessen haben. Ich finde das persönlich immer sehr beeindruckend. Ist halt so wild. Es ist aber auch immer ein Signal, finde ich. Weil das dann zeigt, was du mit bunt meinst, wie sich Kulturen vermengen und ich glaube Deutschland da gerade auf dem Weg ist. Oder wie siehst du das? Ja, voll und ganz, voll und ganz. Damals war es so, dass Türkei hat mit Türkin geheiratet, Araber hat mit Araber geheiratet, Deutsch mit Deutsch geheiratet. Heutzutage, zum Beispiel meine Tochter, meine Tochter ist zum Beispiel halb Indianerin, halb Ghanaiin. So, verstehst du? Und Gott weiß, was meine nächste Tochter wird. Heute heiraten. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der hat jetzt geheiratet, das ist ein Mann Marokkaner, Frau Albanerin. Haben Tochter gekriegt, jetzt ist die Tochter halb Marokkanerin, halb Albanerin. Ja. Und wahrscheinlich dann aber noch mit einem deutschen Pass versehen, weil sie hier geboren ist. Genau. So, auf Totalwild. Ja. Ja. Es gibt ja immer viele, viele Leute, die auch darüber schimpfen, dass es in diesem Land vielleicht Missstände gibt oder Probleme gibt. Und du hast ja auch hier und da schon mal Fahnen hochgehalten und dich laut gegen etwas gewehrt. Wie ist denn dein Gesamtgefühl in diesem Land? Deutschland ist super. Deutschland ist super. Ich habe in meinem Freundeskreis so viele Leute verschiedenster Nationen. Ich habe sogar, ob ihr es mir glaubt oder nicht, in meinem Freundeskreis sogar Leute, die eigentlich keinen Bock auf Ausländer haben. Eigentlich. Aber warum? Ich kann das nur nochmal erklären. Das Problem ist nicht, dass einer keinen Bock auf Ausländer hat. Das ist nicht das Problem. Wenn ich Deutscher wäre, hätte ich auch keinen Bock auf die. Auf den größten Teil zumindest. Ich kann das ehrlich sagen. Das Ding ist aber, die Problematik fängt in Deutschland immer erst an, wenn du deinem Gegenüber oder deinem Nächsten deine Gesinnung versuchst aufzudrücken. Das ist dann aber am Ende nationenübergreifend. Wie bitte? Das ist dann trotzdem am Ende wieder nationenübergreifend. Wie meinst du das? Dass das in jedem Land passieren kann. Das kann in jedem Land passieren. Wenn einer zu mir kommt und sagt, ich habe keinen Bock auf Schwarze, ich mag die nicht, dann sage ich, ja gut, schön. Aber wenn er zu mir kommt und sagt, ich habe keinen Bock auf Schwarze und ich muss dich jetzt hier leider weg machen, dann haben wir ein Problem. So. Und dann wäre ich mich auch. Dann gehe ich auch dagegen. Das hast du ja auch in den letzten Wochen in Interviews schon ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht. Deswegen. Das ist vollkommen okay. Wenn die Leute anfangen, das zu lernen und das zu differenzieren, dann kommt es auch weniger zu Streitpunkten und wir leben alle entweder glücklich miteinander oder glücklich nebeneinander. War mir nur wichtig, dass wir das auch hier noch einmal ganz kurz auf den Punkt bringen, der Vollständigkeit halber. Aber damit haben wir das dann auch geschafft. Ein Problem in diesem Land ist glaube ich mit vielleicht doch mit der Musikrichtung, die du hast, weil das von der Kultur her vielleicht nicht hier seine Wurzeln hat. Deswegen R'n'B kann. R'n'B kann die größte Musikrichtung werden, die Deutschland jemals erlebt hat. Kann. Wohl gemerkt. Kann. Habe ich bewusst auch so gewählt, weil ich glaube es ist ein weiter Weg. Sehr weiter Weg, aber ist machbar. Also ich habe auf jeden Fall schon, was R'n'B angeht, habe ich auf jeden Fall schon einen dicken Stein gelegt, ohne mir jetzt selber auf die Schulter zu klopfen. Das kannst du machen. Die Leute haben das auf jeden Fall auf dem Schirm. Und R'n'B ist halt die perfekte Mischung so aus Hip-Hop, was die Leute sowieso alle schon hören und seit Jahren feiern. Das ist eine Mischung, wenn Leute auf Melodien und auf Gesang stehen, werden die da bedient. R'n'B bringt immer so eine gewisse Sexiness mit. R'n'B für mich persönlich ist so R'n'B, Soul, all sowas, kann für mich so groß wie, also das ist jetzt wirklich hochgegriffen so, aber kann für mich so groß wie Rock'n'Roll werden. Weil viele Einflüsse aus dem Rock'n'Roll sind aus der Soulmusik. Glaubst du, dass da die kulturelle Vermengung in diesem Land da sein Übliches dazu beiträgt, dass es in der Zukunft automatisch wirken kann? Ja, das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, weil R'n'B hat ja sehr viel mit Emotionen und Gefühl zu tun. Und wenn du nach anderen Ländern guckst, zum Beispiel nach Türkei oder in die arabischen Länder, die Songs da haben auch sehr viel mit Emotionen zu tun. Und ich glaube, wenn du zum Beispiel einem Araber einen Boys-to-Man-Song zeigst, findet der sich darin wahrscheinlich eher wieder anstatt in einem Herbert-Grönemeyer-Song. Das ist definitiv. Und deswegen glaube ich, dass wir eine größte Zuhörerschaft haben könnten für R'n'B. Zumal auf jeder R'n'B-Party zu 90% Auslandanteil ist. Bleibt die Frage, ob du das alles noch erleben wirst. Der nächste Moment dafür ist aber auf jeden Fall das kommende Album. Willkommen zum Malen!